Hallo liebe Käu- und Gattenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, ein kleines Video aufzunehmen, bei dem ich eine interessante Frage beantworten möchte, die auf meinem Kanal gestellt wurde. Und zwar hat Anja mich gefragt, wie es denn bei mir aussieht, ob ich auch Rehe auf meinem Grundstück habe, die meine Bäume anfressen und was ich gegen diese dann tue. Im Hintergrund könnt ihr es schon sehen, und zwar verwende ich diesen Kunststoffschutz. Ich habe den online bei Amazon bestellt. Ich glaube, das war ein Paket mit 30 solchen Tuben. Im Prinzip ist das Ganze so angelegt, naja, ihr seht, es ist nicht sehr haltbar. Aber, dass es sich ausdehnt, wenn der Baum wächst. Ich weiß allerdings nicht, ob es biologisch abbaubar ist und ob es wirklich in der Praxis so gut funktioniert wie versprochen. Den Schutz habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren gekauft und angebracht. Mittlerweile finde ich das Ganze nicht mehr so toll, da ich auch meine Einstellung gegenüber Plastik ein bisschen überdacht habe und das jetzt wesentlich weniger einsetzen möchte. Daher habe ich mir noch eine zweite Variante überlegt. Diese habe ich an meinen neu gepflanzten Bäumen dieses Jahr angewandt. Und zwar habe ich hier einfach Hasendraht verwendet und den um die jungen Bäumchen geschlungen mit einem Bambusstab fixiert. Bevor ich das gemacht habe, hatte ich hier zum Beispiel Wildfraß, beziehungsweise das war wahrscheinlich ein junger Bock, der hier sein Geweih abgestreift hat und damit den Baum sehr stark geschädigt hat. Er hat es wohl jetzt auch nicht geschafft, obwohl er noch ausgetrieben hat. Auf jeden Fall, seitdem ich diese Gitter angebracht habe, hatte ich überhaupt gar keine Probleme mehr. Abgefressen können die Bäume natürlich trotzdem werden. Das ist bei dem anderen Schutz auch noch der Fall. Es ist bei mir auch ziemlich stark aufgetreten dieses Jahr. Da seht ihr zum Beispiel an diesem armen Bäumchen. Hier ist fast nichts mehr übrig geblieben. Die ganzen Äste wurden extrem stark zusammengebissen. Und ich muss hier jetzt im Prinzip eine komplett neue Krone aufbauen. Das war so bei mehreren Bäumchen. Allerdings geht in der Regel so kein Baum kaputt, da er ja noch eine intakte Rinde hat und sich dann wieder regenerieren kann. Wenn die Bäume dann eine gewisse Größe haben, spielt das sowieso keine Rolle mehr. Deswegen geht es mir vor allem darum, die Stämme zu schützen. So Anja, ich hoffe, ich konnte deine Frage ausreichend beantworten. Vielleicht dient dir das Ganze ja als Inspiration, um deine Bäume zu schützen. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg dabei. In diesem Sinne, euer Chris von ChrisCoinGardenBlog. Ciao!